Ja hallo meine Freunde, mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und ich habe für euch ein kleines Freundeslisten-Spezial-Video vorbereitet, weil ich dachte einfach mal, ich möchte euch meine Freundesliste zeigen, die ich so habe und fangen wir einfach mal an. Ja, es sind natürlich ein paar Leute dazugekommen, wie zum Beispiel der Agent 007 Monawoffer hat den YouTube-Kanal Libanon Elite, kann ich euch auf jeden Fall mal weiterempfehlen. Es sind natürlich noch ein paar andere Leute dazugekommen, zum Beispiel, ja das sind ein bisschen ältere, der Lars Goldfisch schreibt jetzt zum Beispiel Michi Furkan Beste, Sokrat Call of Duty Black Ops 2 ist in einer Party, Magic Olli, der Michi 229, Jaja Furkan XD und der THX Freak ist auch dabei, der Turki 55 Styles H3RU Best Clan. Ja, es sind natürlich noch ein paar andere Leute dazugekommen, wie zum Beispiel Skrillex P von den Effect Brothers, mit dem habe ich ja auch ein YouTube-Video produziert, oder er hat besser gesagt ein YouTube-Video produziert und vielleicht erkennt sich hier ja irgendjemand wieder, wenn ich irgendjemand vergessen habe, der neu dazugekommen ist, dann tut es mir wirklich leid. Und ja, das sind auf jeden Fall die ganzen Leute, die ich hier habe. 100 Stück, wenn ihr mich wirklich adden wollt, dann wäre es am besten einfach, wenn ihr mir ein Hi oder ein Hallo schreibt. Da ist es auch ganz lieb, der GOT77, der zockt meistens immer nur GTA 4. Da waren Styler hier, ja, viele Leute hier, Freunde, Abonnenten und Zuschauer. Und ja, das war es eigentlich wieder von eurem YouTube-Gamescom und das Freundesliste Spezial-Video, meine Freunde. Und jetzt gucke ich mal schnell auf den Nachrichteneingang, meine Freunde. Ach, der Alex Cookie Keks legt mich ein. So, muss mal gucken, ob ich noch reingehe. Also Leute, das war es. Bis zum nächsten Mal, euer YouTube-Gamescom. So, fertig.